Na komm, das war bevor ich da runter habe ich da unten irgendwas aufgesammelt. Ich glaube da waren nicht mal Pinsel, die waren alle hier oben noch. Okay, also. Wir gehen hier hoch. Und dann gehen wir einfach gerade aus weiter und fallen diesmal vielleicht nicht runter, wie der Idiot, in dem wir sind. Ja, der Magier fliegt nochmal hinunter. Und dann ist plötzlich mein Mana wieder leer, ich weiß. Was ist das, warum? Wieso, weshalb? Das kann doch so auch nicht richtig sein. Hat da doch irgendwer was gesagt? Nein. Bin ich hier überhaupt richtig? Boah, schütz. Äh. Bin hier gelandet. Das war doch nicht der richtige Weg. Oder? Ne, wo bin ich hier? Das ist doch auch schon der nicht richtig. Es geht ja immer nur runter, aber warum geht es denn da nicht mehr rauf? Ne, das ist nicht unsichtbar. Ne, doch nicht. Moment lang hatte ich Angst, dass ich jetzt irgendwie in der Wand stecke oder durch die Boden falle. Durch die Boden. Deutsch hier. Ähm. Wie soll ich denn da... Äh, ist doch nicht wahr. Hm. Ach, alles ist nicht wahr hier. Ich soll hier einfach F8 benutzen. G zu einem F8. Das ist nur ein Freund, habe ich gehört. Oder ist denn das da? So hier war schon mal nicht zu tief. Also das ist einfach nur so ein Baum. Ne. Da hängt ein Skelett dran, deswegen sieht das so komisch aus. Aber hey, wegs halt, mein Mann hat Zeit, sich aufzuladen. Ähm. War ich hier schon mal? Wahrscheinlich schon. Ich bin sehr nah an der Festung, aber ich glaube, von hier komme ich nicht an die Festung, oder? Ich weiß nicht, komme ich hier runter? Ich spreche besser nochmal. Bevor ich merke, dass ich auf die schnelle Art und Weise runterkomme. So, ich komme hier runter. Alles easy und war kein Problem. Und hier war ich schon mal, ja. Richtig, da war die Tür, die nicht aufging. Oder bin ich da einfach nicht rübergekommen? Ich speichere nochmal, bevor ich jetzt irgendwas Dummes tun. Läuft. Vor allem nach unten läuft's. Wird gerne auch als Fallen bezeichnet. Das Wort kennen aber nur die Profis. Ich hasse dich spielen. Ich hasse dich. Ja, komm. Du hast dich jetzt nicht verabschiedet, oder? Nein, gut. Brav ist schwer. Brav, Mod. Tu, was ich will und nicht, was ich sage. Nein! Lauf doch nicht so weit. Und... Kleine Schritte sollst du tun. Der Weg führt zum Ziel, nicht das Fallen. Wenn du stirbst, einfach wieder aufstehen. Also, geh doch. Und von da komme ich hinüber. Äh. Geh bloß weg mit deiner Magie. Na bitte. Geh doch. Halt! Hier kommst du nicht weiter. Dreh um. Äh. Was willst du? Könnt ihr dich nicht endlich in Ruhe lassen? Bleibe ruhig. Ich tue dir nichts. Warum bist du dann hier? Wie heißt du? Ich wüsste keinen Grund, warum dich das zu interessieren hat. Ich brauche ein paar Informationen von dir. Warum sollte ich dir irgendetwas erzählen? Man hat mich beauftragt, dich zu verkaufen. Nö. Als Sklaven, oder was? So etwas ähnliches. Genauer gesagt als Dirne. Das könnt ihr nicht machen. Von mir erfährst du gar nichts. Lieber sterbe ich. Ich habe meine Befehle und die werde ich ausführen. Daran kann ich nichts ändern. Ach ja. Du bist natürlich so machtlos. Dein Sarkasmus hilft dir jetzt auch nicht weiter. Bedenke, dass ich der Mann bin, der entscheidet, wohin du kommst. Sei nett zu mir, dann sorge ich dafür, dass es dir gut gehen wird. Wenn du nicht gehäust, kann ich sehr nachtragend werden. Hilf mir und ich helfe dir. Du hast die Wahl. Na schön. Was willst du wissen? Woher stammst du? Ich komme aus der Stadt. Aus einer Händlerfamilie. Also wohlhabend? Naja, das waren wir einmal. Seitdem mein Vater angefangen hat, das Geld für irgendwelche Spiele zu verpassen, ging es schnell bergab. Ich glaube, ich soll die nicht sein. Wie heißt du? Karelle. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich gebe mein Bestes. Eine Hand wäscht die andere. Nö. Ach so. Ich kann noch mal mehr reden. Na, ich kann sie noch begleiten. Weiß nicht mal, worum es geht. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Lieber Entwickler. Wenn ihr nicht wollt, dass man da hinkommt. Ich komme halt nur nicht mehr weg. Gut, ich konnte mich teleportieren, aber ich glaube, das sollte ich eh nicht sein. Nicht, dass das wichtig ist. Ich kann mich auch einfach weg teleportieren, aber... Ich habe das Gefühl, ich mache da wieder Dinge kaputt, wenn ich jetzt schon mit ihr rede. Milchlaste. Umgefallen. Passiert. Kannst gerade nicht durch. Aber nee, stattdessen stellen sie da noch einen Baum hin. Damit man auch ja rüberkommt. Was zum Fick ist euer Problem mit? Gut, aber das ist dann irgendwie... Ja, stimmt. Da geht es wahrscheinlich vom Haus der Banditen runter. Irgendwie. Ist nicht mal abgeschlossen. Vor allem auch. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich will doch noch mal zur Festung und gucken, ob ich da was übersehen habe. Oh, was ist das? War ich da schon drin? Oder waren da wieder zu mächtige Gegner drin? Äh... Irgendwie da war ich schon, wie ist einfach nichts. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen. Aber doch, da war ich schon mal drin. Das ist... Ja, ja, doch. Doch, ich erinnere mich. Weiß noch nicht, ob ich da fertig war. Oder ob ich einfach panisch rausgerannt bin, weil wieder irgendwas drin war, das mich so gar nicht mochte. Doch, hier war ein Minecrawler oder sowas. Na ja, ich glaube, ich war hier auch durch und so. Ja, ja, Minecrawler war nicht drin. Ich glaube, hier war ich durch. Also, ich bin generell sehr durch, aber... Weißt du, ne? Also, ich meine... Ja, jetzt muss ich halt nur hoch, weil die scheiß Festung oben ist. Wahrscheinlich ist da nicht mal das, was ich suche. Keine Ahnung, wo diese Drachensäle ist. Doch, nicht wahr? Komme ich denn von hier aus nach da oben? Komme ich von hier nach da? Nochmal ins Banditenlager. Helipotieren und da laufen. Geht wahrscheinlich sogar schneller, als den Scheiß, den ich jetzt hier gerade mache. Aber wir haben Pilze gefunden. Und angefangen wieder Dinge kaputt zu machen, weil die Entwickler nicht dann gedacht haben, dass man den Sprungstab immer an einen Baum hinstellt. Weil man wahrscheinlich auch ohne Baum schafft. Irgendwie so Geschwindigkeitstrank rein und los geht's oder so. Ja, ich glaube, es geht schneller, wenn ich würfle. Apropos, 41 Äpfel. Und noch nicht genug. Ich mach's mal nicht. Die Mod ist so schon kaputt genug. Und sie basiert auch noch auf dem Spiel, da so mäßig funktioniert. Jetzt sind wir gegen oben raus und dann gleich links. Dann wird Mana irgendwo wieder genullt und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, nee, das sind nur Blätter. Ich meine, ich bin denn 0, aber deswegen hat's doch nicht, dass mein Mana 0 sein muss. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach. Äh, Moment. Doch. Passt schon alles gut, glaube ich. So, gucken wir mal, wann das wieder genullt wird. Ich glaube, wenn ich da oben durchlaufe, weil... Ich weiß nicht, was das soll. Funktioniert das Aufladen sonst nicht? Oder... Ich weiß nicht. Nee, nicht mal. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben und warum. Zu welchem Zweck. Sowieso und überhaupt. So, Pilz. Nee, das war ein Fleck an der Wand. Ich könnte noch die Wände hier mal wieder struppen, damit man das nicht... damit man das gleich sieht. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Kompetenz. Trägt einen Namen. Nur nicht meinen, leider. Unten oder oben lang? Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ja, unten lang ist richtig. Ich bin schon richtig. Ich weiß, was ich tue. Jetzt ist es nicht gelebt. Ich weiß nicht, wo die Punkte sind, wo das leert. Ich werde es auch nicht herausfinden, dass wir diese Pilze mitnehmen. Passiert aber wieder richtig viel Spannendes. Ich habe einen Levelaufstieg bekommen. Ich müsste mich jetzt auch wieder ins Kloster teleportieren. Vielleicht bekommt das Vieh jetzt tot. Das Problem mit dem Kloster ist, dass wir diese komische Aufnahme haben. Die hat mir schon mal einen Strike reingedrückt. Da habe ich so gar keinen Bock zu. Ja, aber die Bunkelpilze mit. Vor allem, ich habe alles deaktiviert, so musiktechnisch. Ich könnte noch den Sound deaktivieren. Ja, Sound lautstärke. Ich weiß nicht, das ist so weit aus. Aber dann hört man halt auch keinen Sound mehr. Ich habe auch keinen Bock auf noch einen Strike. Muss nur wirklich nicht sein. Tagsspiel, du musst. Musik bitte, wenn man da Musik anfügen, dass man sie nicht hört. Wenn man Musik ausmacht. Ach, warum liegen mir da zwei Hände? Warum hast du einen Helm auf? Dann blasen wir noch mal. So. So. Ich meine, das ist die Festung im Ödland, nehme ich an. Also das andere ist ja, war auch eine feste. Es waren eher so Gebäude. Aber hier ist halt auch keine Drachenseele. Oder wenn sie wo ist, dann weiß ich nicht wo. Ich habe sie schon eingesammelt. Das habe ich nicht gemerkt. Wo ich dumm wie Brot bin. Aber das ist ein anderer Punkt. Wobei, dann sollte das Questbuch erklärt sein. Ich weiß nicht so genau. Aber das hier ist hier einfach die Festung. Das andere war ja mehr so ein Turm und so. Vielleicht ist das Ding auch in der Kiste. Ich muss mir vielleicht doch mal wieder ein paar Dieter hier kaufen. Ich muss Geld ausgeben. Ich hasse es. Ich habe noch 10 Erfahrungspunkte. Sehr wichtig. Da haben wir ein Bett. Da haben wir noch eine Truhe. Die ich schon gelehrt habe. Da oben ist natürlich auch noch Vorsprung. Könnte doch was sein. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Die hat nicht mal ein Schloss. Halt die doch fest. Okay, irgendwas ist da oben noch. Da haben wir eine helle Barthe. Ein Lederbeutel. Eine Spruchrolle. Leider keine Drachenseele. Komme ich da noch hoch? Vielleicht. Gucken wir mal. Vielleicht ist da oben ja noch was. Also um die Festung rum ist ja nichts. Könnte höchstens noch in der Kiste sein. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das kommt ja nicht höher. Weil da oben auch nicht wirklich ein Vorsprung ist. Auf dem ich landen könnte. Wir haben das Loch mit dem komischen Ding am Ende. Ja, könnte auch noch irgendwas sein. Aber dürfte eigentlich nicht. Weil wie kam der da wieder raus? Ich meine, ich kann mich immer auch rauszelebotieren. Ob nicht, dass die Banditen das können. Keine Brachenseele. Ja, die Spruchrolle ist ja auch hier. Ich brauche irgendwas Untoten vernichten. Das, oder? Sonst ist hier nichts mehr. Müsste ich also die Truhe aufmachen. So bräuchte ich natürlich die Truhe hier. Oh, da liegt noch Bolzenburg. Moment. Äh. In einer Burg. Hm. Heißt das, dass die wirklich in der Burg war? Oder eher so drumherum vielleicht noch? Das ist jetzt so diese Fragen, die man sich doch fragt, und man keine Ahnung hat. Hm. 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 Na gut. Ich beuge mich diesem brutalen Spiel und kaufe ein paar Dietrich. Hasse es. Warum tut mir das Spiel das an? Warum? Ah, mittlere Viertel, ja, komm. Hey, du. Nee, du hast mich nicht geheilt. Der unten hat mich geheilt, ne? Äh. Aber muss ich jetzt aber runterlaufen? Ich habe gar keinen Bock zu. Ah, ich muss auch immer noch den Typen finden, dessen Frau ihn sucht. Ich kann aber nicht mal die Leute danach fragen. Warte mal. Liegt er da hinter den ganzen Kisten vielleicht? Nee. Könnte natürlich auch im Brunnen, nee, im Brunnen habe ich glaube ich sogar schon geguckt, ne? Da lag der, glaube ich, da lag der, glaube ich, nicht. Warte, habe ich da geguckt? Boah. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß mal wieder nicht so genau. Ach, das weiß ich muss. Ja, ich koste mir halt 10, das Stück. Ach, mein Herz, das blutet. Ich kaufe mir mal 10. Oh, mein Herz. Ach, so zu weh. Das Spiel zwingt mich wirklich zum äußersten. Wahrscheinlich ist es in der Kiste nicht mal.